Und all diese Verwirrungen, die ich jetzt bei den Eltern sehe, zeigen, dass das Einzige, was uns jetzt weiterhelfen wird, ist die Wissenschaftlichkeit. Gerade in den letzten Tagen ist es besonders schwierig geworden, Informationen, die man im Internet bekommt, die man über Twitter bekommt, die man auf WhatsApp bekommt, danach zu beurteilen, ob sie stichhaltig sind, ob sie wirklich was bringen. Gerade in Heilpraktiker-Homöopathie-Bereichen gibt es Leute, die die virale Genese von der Corona-Epidemie überhaupt anzweifeln. Es kursieren Fake News über Ibuprofen, jeder hat das mittlerweile mitbekommen. Und viele Leute rufen mich an, weil sie komplett verwirrt sind, wie sie ihr Kind schützen können. Es kursieren Tipps über irgendwelche Ernährungsregeln, mit denen man sich schützen könnte oder darüber, dass man jede 15 Minuten einen Schluck Wasser trinken könnte. Und all diese Verwirrungen, die ich jetzt bei den Eltern sehe, zeigen, dass das Einzige, was uns jetzt weiterhelfen wird, ist die Wissenschaftlichkeit. Und das betrifft alle Krisen, denen wir in den nächsten Jahren ausgesetzt sein werden. Das betrifft die Klimakrise, das betrifft die politische Situation in Europa. Wissenschaftlichkeit und Solidarität ist das, was uns weiterhelfen wird und sonst überhaupt nichts. Wenn ich die ganze Verwirrung der Eltern sehe, die völlig verzweifelt aus irgendwelchen Foren, aus der Ecke der Heilpraktiker und Homöopathie kommen und nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen, es gefährdet Leute. Wenn der Wissenschaftlichkeit hier nicht Folge geleistet wird, dann werden Leute deswegen sterben, alte Leute und Leute mit Vorerkrankungen. Weil alle 15 Minuten Wasser trinken, wird ihnen nichts helfen. Knoblauch vermutlich auch nichts. Aber die Regeln, die sie im Robert-Koch-Institut nachlesen können, über Abstand halten, Händedesinfektion und Hygienemaßnahmen, die werden die gefährdeten Leute in Deutschland schützen.